Prishtha-Uttanasana, auch genannt Prishthotanasana, eine Bezeichnung für die stehende Vorwärtsbeuge, Padahastasana. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung, Tadasana. Von hier ausgehend einatmen, hebe die Arme hoch und beim Ausatmen beuge dich nach vorne. Gib dabei die Hände neben die Füße oder fasse mit den Händen unter die Füße oder fasse an die Fußgelenke. Das sind alles Variationen von Prishthotanasana. Prishtha heißt Rücken, Uttana heißt intensive Dehnen und so ist das die intensive Rückenstreckung. Du kannst diese im Stehen machen, du könntest das auch nennen Utthita-Prishtha-Uttanasana und es gäbe genauso gut auch Uppavishtha-Prishtha-Uttanasana. Das wäre dann die sitzende Vorwärtsbeuge, die Vishnu Prema auch vormachen kann. Also wie Pashthimotanasana könnte auch genannt werden, Prishthotanasana. Und das wäre dann Uppavishtha, weil es aus dem Sitzen heraus geschieht. So gibt es viele Bezeichnungen für die Vorwärtsbeuge.